willkommen zurück ihr lieben freunde meines kanals hierzu cyberpunk 2077 wir sind dabei die letzten nebenquests zu machen bevor es mit der kundin weitergeht und was geht bei euch beiden gabst du sie an sagst ihr gabst du sie an ja das frag ich mich auch das frag ich mich auch ständig deswegen sind wir hier auch am ob am nebenquests machen optionale aufträge wollte ich sagen wir haben hier noch einen auftrag und wir haben hier noch beat on the bread hatten nicht noch wir hatten nur noch einen nebenauftrag gut dann machen wir die noch danach geht es mit der kundin weiter beat on the bread machen wir dann einfach später irgendwann ob die kann man jetzt theoretisch auch schon anfangen wo ist meine karre ich habe sie gerade noch gesehen konnte ich nicht noch irgendwie meine waffe weg stecken da ist meine karre so einsteigen leute yes der sound gefällt mir der geht ins ohr der bleibt im kopf lecky meinte dass die steuerung irgendwie ziemlich beschissen wäre auf dem pc also die auto steuerung das finde ich gar nicht da möchte ich mal sagen ich finde dass die steuerung ziemlich gut ist also okay halt wie gta auf dem pc also spielt sich genau wie gta 5 yo dicker was los bei dir seit wann verkaufen gängers klamotten ein tiger klor tattoo seit wann verkaufen gängers klamotten einer ihrer bosse entschieden hat dass er keine jungs mit kaputtem rücken braucht ach so okay dein rücken ist im arsch und jetzt bist du arbeitslos na gut kommst du hier schicke sachen wenn du mit chic second hand klamotten meint dann klar du bist kein guter verkäufer wenn wir so anfangen was haben wir also wir haben einen militärhelm okay kommen wir nehmen ein paar sachen mit so dann haben wir noch samurai helm fischer helm ein paar masken die mir egal sind so ein hier so eine gasmaske kommen die nehmen wir auch noch mit dann haben wir noch ein paar shorts die sind teilweise schlechter als meine sachen aber komm lass mal ein paar sachen hier kaufen alleine für den optischen style auch wenn ich meinen charakter überhaupt nicht sehen kann will ich hier ein bisschen optisch gut aussehen hier noch ein shirt nämlich mit ja schwere punk stiefel kommen alles dankeschön das war mir die knapp 8000 jetzt wert gewesen einfach mal ein paar klamotten geschoppt ne für die ladies wo ich kann nicht ansprechen warte mal na gut bin ich überladen das passt aber weil wir können theoretisch mal gucken was wir jetzt hier so haben was mich jetzt ein bisschen besser macht hier mehr panzerung ja mehr resistenz verringerung von nahkampfschaden da würde ich das ding mitnehmen because of resistenz und den rest würde ich mal alles zerlegen gut zerlegt ist äh jacke ich glaube da haben wir jetzt nichts ah ausdauerkosten beim angreifen verringert der ganz nett äh ja da ist halt auf meiner aktuellen jacke ist ein streetcrat multiplikator drauf dem finde ich nicht schlecht aber langsam kommen wir in so eine region wo ich sage ah verdammt es ist auch irgendwie schon blöd hier ist jetzt auch ein streetcrat multiplikator es ist halt schon doof können wir die eigentlich später noch ich weiß nicht die sieht mir zu gut aus äh die hier sind beide episch ja die sehen mir zu gut aus um sie einfach also wir können sie zerstören äh wenn wir sie zerstören alte edge runner jacke so wenn wir sie zerstören dann behalten wir halt noch den style aber ich weiß nicht ob bei manchen sachen ob sich da hier bei diesen lilanen geschichten da eine aufwertung später lohnt habe ich keine ahnung deswegen äh tue ich auch nicht so hier 41 panzerung aber let's go sage ich doch dafür also 41 panzerung das ist schon nicht schlecht der rest fliegt hier alles raus ey alle draus was keine miete zahlt die designs werden hier abgespeichert das finde ich super das macht das spiel extrem gut ähm das ist das was ich auch in auch in anderen spielen mag so world of warcraft oder so dass man heutzutage nicht mehr drauf angewiesen ist welches item droppt ich kann mir immer mein eigenes aussehen geben kann man natürlich sagen ja damit hat ja das item keinen wert mehr wenn ich es mir ansehe und ich mag es dass wenn ich meinen gegner sehe ich sofort anhand seines equipments weiß wie stark er ist auf der anderen seite wir alle kennen das oft sieht die beste equipment kombination kombination aus wie eine zirkusattraktion deswegen äh mag ich es sehr wenn ich so nicht aussehen muss ne ich weiß wie gesagt vielleicht manchmal eine unpopuläre meinung eine unpopular opinion aber da ist doch der hund drauf ne scheiß doch der fucking hund drauf hier explosionsschaden verringerung das ist doch ganz geil hier hab ich nämlich nisch drauf doch hier fallschaden 15% verringert ähm ich bekomme nicht so viel fallschaden aber hier explosionsschaden das finde ich ganz geil so der rest der fliegt natürlich jetzt weg so äh so dann hätten wir natürlich noch bei den knarren bei den knarren haben wir wieder einige sachen aufgesammelt die ich eigentlich nicht brauche die wir wegpacken können ja ich hab hier noch zwei ikonische waffen ne ikonisch wissen wir ja das ist so das legend das ist so das ist so ein scheiß bug finde ich hier übrigens hier noch ein paar messer und so müsste ich da mal ganz kurz mit meinem messer vergleichen ja das dieser bug geht mir richtig richtig auf den keks hier natürlich will ich die sachen alle zerstören ich will ja die materialien haben entschuldigung das nervt so finde ich also das ist wirklich ein bug der mich wirklich der mich echt tierisch nervt vor allem der der taucht halt so gefühlt immer auf so ne das ist so nicht dass man sich denkt okay man kann ihn jetzt vielleicht mal skippen nein dieser bug taucht einfach gefühlt immer auf und er nervt tierisch also irgendwie will das Spiel nicht dass ich mein Zeug verwerte gut ich habe jetzt auch ein paar Slot 2 gemacht dann belassen wir es jetzt erstmal dabei so was habe ich Itemherstellung habe ich jetzt Vorteil bekommen oh ich habe zwei verfügbare Attributspunkte da will ich auf jeden Fall einmal meine technischen Fähigkeiten boosten und meine Reflexe einmal boosten und dann habe ich in Konstitution schon ein bisschen was investiert maximale Ausdauer genau Fallschaden verringert Nahkampfschaden da gibt es auch noch mehrere Bäume ach Mensch Rückstoß von Schrotflinten das ist natürlich nicht schlecht das nimmt man irgendwann mit weil ich mache sehr viel mit Schrot haben wir hier noch erhöht den Schaden an Oberkörpern von erhöht den Schaden an Oberkörpern von Schrotflinten und leichten Maschinengewehren Bewegungstempo im Kampf ja mehr Schaden mit Schrotflinten leichten Maschinengewehren da guck mal Dankeschön haben wir da auch noch ein bisschen reingeburstet so jetzt müssen wir mal wieder zu meinem Auto hin zurück das ging hier lang so rock on needle rockers hier boomt der Bass rein oh Entschuldigung Entschuldigung wollte ich nicht Entschuldigung so wartet mal ne das ist fast oh Gott so jetzt ist alles gut ja lasst uns zum Auftrag fahren ich finde Night City ist im Regen am frühen Abend am besten Nacht ist schon cool aber früher Abend und dann im Regen das hat was finde ich mega geil okay ich sehe schon guck mal da vorne stehen schon wieder so Leute rum die sehen nicht gerade so aus als ob die mich da einfach hinlassen würden so Zaun zerstören perfekt okay feindlicher Bereich ab jetzt wird auf mich geschossen so Kamera erstmal ausschalten okay ich sehe drei Gegner na gut da könnte ich ein Ablenkungsmanöver machen oh da kommt einer ja plötzlich bin ich hier stealth mäßig unterwegs ich weiß gar nicht ob ich das oh da ist was liederndes oh den kann ich schnell tag down hier nehmen oder oder das ist eine fucking Kamera scheiße oh fuck ich wollte es tun ohne aufsehen zu erregt tut mir leid wer bist du denn bist du der Terminator roboschrott ey du bist nicht robocop du bist roboschrott okay ein paar klips gelandet weiterschießen wir wissen nicht was wir tun sollen wisst nicht was wir tun sollen wir schießen erstmal aber ich hab ne überraschung für euch jungs ich hab ein paar nebenquests gespielt das heißt ich bin echt nicht so schwach okay irgendwas fiel hier gerade um was zur hölle okay perfekt er ist getroffen das stimmt wow ist das ein rayfield sein udss airwagen ja da ist das auto oh das auto will ich eigentlich haben ist doch ein rayfield weiterschießen umzingelt ihn weiterschießen weiterschießen das ist ein fucking rayfield verlassen die docks ja ich muss euch jetzt nicht alle töten ich bin jetzt hier nicht auf mördertour so also am ende hab ich einen auftrag den hab ich jetzt erledigt da sind echt viele leute wir umlaufen die jetzt mal so ein bisschen und raus aus dem gebiet hey ich bin raus so ich rette mich nach unten ins gebüsch ja tut mir leid finde ich kein geld also weil ich noch im kampf im kampf bin ja tut mir leid ich hab halt die eine kamera nicht gesehen und ich will jetzt auch nicht jedes mal die mission dreimal neu starten nur weil ich scheiße gebaut hab so naja immerhin gab es ein bisschen geld so lizis muss ich jetzt 250 meter kommen da können wir jetzt auch mal hinjoggen da lerne ich nämlich jetzt die kunden kennen ahja ein paar neue aufträge gibt es neue aufträge oh es gibt neue aufträge oh oh drei neue aufträge gibt hui ich würde sagen lass uns erstmal die kunden machen für die story dann kümmern wir uns um die neuen aufträge okay äh mach lass uns das mal so machen weil sonst ich hab euch ja versprochen dass wir diese runde ein bisschen story sehen wär jetzt ja auch gemein wenn ich jetzt dann sofort wieder nebenquests mache ähm wobei ich schön für eine nebenquests zu machen in diesem spiel also sie sind jetzt nicht die besten nebenquests aller Zeit aber sie machen Spaß und die machen mich auch besser ich bekomme halt auch neue Gegenstände ne wenn wir mal gucken ich hab jetzt zum Beispiel wieder eine neue Pumpe bekommen äh die ist aber nicht besser als meine okay da hab ich jetzt nichts gewonnen lingen technisch hab ich wenn ich jetzt hier oben so anfange hier so ah okay dann dann tritt dieser bug nicht auf okay sehr gut dann lass uns das mal alles hier weghauen ich find's schön stellen mir vor wie wie auf der Straße steht und einfach nach und nach seine Waffen aus der Hosentasche nimmt und sie auseinander baut so und Leute gucken zu und denken sich alles klar Bruder was machst du da eigentlich du Hans Würst also perfekt haben wir nämlich die ikonischen also die die guten Waffen erstmal alle noch behalten so was bist du denn für ein schönes Auto ja ich freue mich wenn wir dann irgendwann mal die Möglichkeit auch kriegen Autos zu kaufen das wäre schon ganz nice und ich muss irgendwie da hoch kommen ah fuck ich muss irgendwie da hoch das heißt ich brauche jetzt mal ein Auto ich will deins schießt ihr jetzt auf mich oder was ey komm lass das doch sein lasst mal sein Leute nicht auf mich schießen hier also ich will euch nicht wehtun ich will nur eine scheiß Karre ist hier im Ende auf ein Auto ja wieder Auffahrunfälle oh das Auto ist leer guck mal das ist doch perfekt ein sehr schönes Auto ne ich weiß da ist ein Zebrastreifen Jäger was machst du da du überfährst doch die Frau Mann da ist auch noch ein Toter mein Gott und noch einer hier pflastern ja Leichen die Straßen was ist denn hier noch also ich muss ja sagen das ist hier nicht gerade das beste Viertel in dieser Stadt also zum Glück wohne ich hier nicht ne also nur verrückte nur verrückte hier auf der Straße das gibt es doch nicht so hier müssen wir hier hoch so tja Leute Bullenwagen klauen und die in Stadt demolieren so ja ich muss jetzt mal gucken was die Kundin will weil die sitzt schon seit Tagen sitzt sie zusammen mit wahrscheinlich mit Dexter die Sean und Jackie sitzt die in Lizzie's die begießen sich wahrscheinlich die ganze Zeit haben schon richtig die Lampe an und fragen sich jeden Abend ne kommt wie heute ne alles klar Wodka auf mich Brüders ungefähr so stelle ich mir das vor so jetzt aber in die Eisen gegangen freien Parkplatz suchen so das ist doch ein schöner freier Parkplatz ne so und da geht's zum Lizzie's und guck oi 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 hallöchen hui naja kommt diese goldene Protzkarre hier das ist doch bestimmt Dexter die Shorns Auto oder steht leider nicht mit dabei was haben wir da hinten naja Quadra alles klar Leute ja jetzt gehen wir ins berühmte Afterlife ne also eine der berühmtesten Kneipen und eigentlich Etablissements hier in Night City Na kommen die Leute her klingt ziemlich überzeugend das ist kein Werbespruch sondern ne Warnung unsere Sachen sind maßgeschneidert nicht für Otto Normalsynapsen denkst du das verkraftest du maßgeschneidert verdammt das klingt gut ich bin dabei ein paar Sachen noch vorab unerlaubtes Aufnehmen ist streng verboten keine Drogen kein Grabschen gefällt dir jemand fass sie nicht an wähle im Katalog bestell einen BD und verzieh dich in die Kapitel sehe ich so grün aus als würde ich nichts wissen dann geh rein ihr Spaß Input willkommen im Lysius Ach ist gar nicht das Afterlife stimmt ist das Lysius Stimmt ne hab ich auch vorhin gesagt wir gehen ins Lysius noch nicht ins Afterlife so ähm so da hinten übrigens hier ist unsere Kundin aber wir müssen erst mit ihm quatschen hey willst du was trinken nur so aus neugier heißt die besitzerin Lizzie lange nicht mehr nein ist keine angenehme geschichte jetzt bin ich noch neugieriger die echte Lizzie hatte hier früher mein Strip lokal Lysys Bar Mädels gut bezahlt versichert hatten sogar Personenschutz alles in allem ein gut er laden lass mich raten es blieb nicht so Tiger Kloss sind schuld Tiger hat eins von Lysys Mädchen schlimm zugerichtet sie hat ihm die Eier weggeschossen am nächsten Tag kam dann die gang das war's für Liz aber am Ende haben die Tigers den Mox doch die Bar überlassen oder sozusagen die Mox mussten einem Deal zustimmen Aber sie haben einen kühlen Kopf bewahrt und sich organisiert Susi Q hat jetzt das Sagen aber das Schild bleibt als Andenken und das Geschäft läuft immer noch Das wahrscheinlich ein guter Hinweis auf das Rollenspiel Cyberpunk also ob jetzt das Original oder Cyberpunk Red Was habt ihr auf der Karte So die Drinks die man hier kriegt sind übrigens teilweise Drinks von Night City Legenden oder war das im Afterlife Wow wir können hier einfach Kanister Tequila bestellen oder war das im Afterlife wo die Drinks nach den Night City Legenden benannt sind na gut Ich suche Evelyn Parker Ist sie gerade da? Wer fragt? Ich bin wie? Bin hier mit ihr verabredet? Ist mir dein Vergnügen wie? Ich bin Matteo Aha Ist ja schön Und Evelyn Der Club ist groß Du wirst schon selbst nach ihr suchen müssen Ist schon gut Matteo Ich hab ihn erwartet E Ich wusste gleich als du reingekommen bist dass du es bist Ich wusste Ich wusste auch dass du es bist ich 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 habe ich auch ich will dich und deine Freundin mit Stöckerschuhen Augenbinden und Knebel Okay. Okay. Hi. Na? Ja, gönn dir, ne? Gönn dir. Dex hat viel über dich geredet. Du seist professionell, effektiv und vertrauenswürdig. Ich hoffe, er hat nicht zu viel versprochen. Mir ist scheißegal, was Dex denkt. Das wissen wir beide. Du kannst kein Kompliment vertragen, was? Doch. Schmeicheleien sind nur unter deiner Würde. Oder nicht? Vielleicht ist Dex unter deiner Würde. Kennt ihr zwei euch schon lange? Schreibst du Dex Biografie? Tut mir leid, aber ich weiß kaum etwas. Mit anderen Worten, ihr kennt euch kaum. Und doch hat er dich angeheuert. Interessant. Scheiße. Ruf Dex halt an, wenn du kalte Füße kriegst. Ich warte. Er würde mir nicht sagen, dass ich nicht schon weiß. Oder dass ich überhaupt hören will. In dieser Hinsicht ist nur eines schlimmer als Fixer. Gebrauchtwagenverkäufer. Ich verlasse mich auf mein Bauchgefühl. Warum kommen wir nicht endlich zur Sache? Was hast du für mich? Dein Ziel. Ich nehme an, du kennst es. Relic. Ein sichere deine Seele Schmuckstück. Richtig gute Tech. Wir haben es mit Arasaka zu tun. Das macht die Sache scheißgefährlich. Mhm. Arasaka hat Milliarden in Persönlichkeitstransfer-Tech gesteckt. Aber ich will bloß die Daten auf diesem Chip. Er liegt gesichert im Konpeki Plaza, dem Hotel. Warst du da schon mal? Schicke Konzernhotels? Äh, nein. Nicht meine Preisklasse. Hm. Das Dekor ist umwerfend. Wirst du gleich selbst sehen. Also, wo genau finden wir diesen Chip? In einer Suite im obersten Stock. Dort wohnt Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? Er ist in der Stadt? Liest du denn gar nicht? Die Medien haben sich darauf gestürzt, als Yori nach Night City kam. Es war in allen Schlagzeilen. Jedenfalls ist er der Erbe des Arasaka-Imperiums. Saburo Arasakas einziger überlebender Sohn. Und jetzt will Arasaka Junior in Night City die Macht an sich reißen, oder wie? Nur eine Handvoll Leute in Night City kennen Arasakas wahre Absichten. Und du gehörst dazu? Einer wie Yorinobu hat auch eine ganze Armee im Rücken. Das Hotel ist wahrscheinlich eine Festung. Yorinobu hat überhaupt keine Mietmuskeln, keine Wachen. Hat sich vor langer Zeit entlassen. Warum denn? Du weißt doch sicher, was man über Arasakas Infos sagt. Niese in Night City und in Tokio fällt eine Kirschblüte vom Baum. Yorinobu war überzeugt davon, dass die Leibwachen seinem Vater direkt Bericht erstatten. Wir haben es also nicht auf den Konzern abgesehen, sondern auf Yorinobu Arasaka selbst. Bitte. Yorinobu ist eine Puppe. Hat seine Karten vor Jahren verspielt, als er Papi nicht gehorchte. Saburo hat Yori seit Jahren bei den Eiern und wartet nur darauf zuzudrücken, wenn er herausfindet, dass sein Sohn Scheiße baut. Hör mal, wenn du jetzt noch Asse im Ärmel hast, solltest du sie langsam ziehen. Bekomm jetzt nicht gleichen Ständer, mein Lieber. Aber Yorinobu hat sich den Chip aus Arasakas Labor geklaut, weil er einen Deal mit Netwatch hat. Die wollen ihm das Ding abkaufen. Hast du mein Ass gefunden oder muss ich deine Nase reinhalten? Moment. Netwatch ist doch neutral, dachte ich. Netwatch ist für die Sicherheit aller Konzerne zuständig und kassiert dafür Millionen. Aber heutzutage dankt es dir niemand, wenn du ein Heiliger bist. Wer bei diesem Spiel gewinnen will, muss alles einsetzen. Und was hat Yorinobu von der ganzen Sache? Unwichtig. Konzentrier dich auf den Biochip. Was könnten ihm die Wächter und Beschützer des Cyberspace bieten? Infos über seine Feinde? Das musst dich nicht kümmern. Du sorgst dafür, dass die Übergabe nie über die Bühne geht und ich den Chip kriege. Gut. Also keine Arasaka-Sicherheit auf dem Chip, weil Yorinobu ihn geklaut hat. Und wo versteckt er ihn? Wahrscheinlich in einem Spezialbehälter, der eine organische Neuralumgebung imitiert. Von außen wird es wie ein ganz gewöhnlicher Koffer aussehen. Und der Koffer ist wo? Das wirst du bald selbst sehen. Natürlich erst, wenn du mit deiner Arasaka-Fragerunde durch bist. Was weißt du sonst noch über Yorinobu? Eigentlich ziemlich viel. Hat in Tokio Finanzwesen und Biotechnologie studiert. Sicher nicht seine Entscheidung. Saburo hat ihn bearbeitet, damit er sein Nachfolger wird. Aber dann hat Yorinobu sich davon gemacht und alle Verbindungen zum Konzern abgebrochen. Letztendlich kam das schwarze Schaf wieder nach Hause, aber ein bitterer Beigeschmack bleibt. Doch das ist nur eine Seite von ihm. Die andere ist ein intelligenter Mann, der immer wusste, was er wollte. Und der seine eigenen Pläne für Arasaka hat. Und mit dieser Relic-Sache riskiert er jetzt alles? Ja, weil er auf die größte Lüge dieser verdammten Stadt reingefallen ist. Dass man die volle Kontrolle haben kann. Über so ziemlich alles. Noch eine Sache. Was sind das für Daten auf dem Chip? Für dich irrelevant. Wir sprechen hier von Daten, die Yorinobu von Arasaka geklaut hat und obendrein an Netwatch verschabeln will. Klingt mir ziemlich relevant. Hör zu, Vi. Überlass mir den Relic. Und konzentrier du dich lieber auf deine Belohnung. Zieh den Job durch. Und ich sorge für ein gut gefüttertes Bankkonto. Und das fällt dann immer niemanden auf, ne? Dass plötzlich jemand reich wird, nachdem so ein Chip geklaut wurde. Okay, und was jetzt? Jetzt kommt das Beste. Folge mir. Ah, okay. Was für euch sollte beim Planen helfen? Braindance vom Konpecki Plaza. Was soll ich mit einem Braindance? Ich brauch Fakten, kein Fick. Denkst du wirklich BDs sind nur dafür gut, sich auf virtuelle Titten einen runterzuholen? Nein. Sie können wirklich sehr nützlich sein. Um Details zu analysieren, die nicht mal verkromte Wahrnehmung schnallt. Das ist genau das, was du brauchst. Was ist auf dem Band? Jorinobus Suite. Und zwar von innen. Den Relic musst du selbst finden. Ich hoffe, ich habe dafür genug Details aufgenommen. Moment. Hast du das etwa aufgezeichnet? Mhm. BD-Rack-Implantat. Was dagegen? Das soll also Jorinobus Haus auf dem Band sein. Das heißt, du warst drin. Ähm, kennt ihr euch? Wie sonst bin ich an all die Infos gekommen. Ich kenne ihn ehrlich gesagt sogar gut. Wir haben einen Deal. Rein geschäftlich. Gut für uns beide, denke ich. Hm. Dann zeig mal diesen Braindance. Judy wird uns helfen. Auch eine Morgs. Wir kennen uns schon ewig. Wie? Das ist wichtig. Judy war immer an meiner Seite. Hat immer geholfen. Ich vertraue ihr. Aber sie ist eine Morgs. Und kein neues Mitglied deiner Crew. Vergiss das nicht. Also, sei ein braver Junge. Benimm dich. Und halt deine Zunge im Zaum. Entspann dich. Glaubst du da nicht? Ich kann durchaus taktvoll sein. Hey, da bist du ja. Das ist V. Er ist für den BD hier. V? Das ist Judy. Die beste Braindance-Editorin, die ich kenne. Ja, ja, jetzt ist gut. Ich kotze gleich. Wahrnehmung Signaturverstärker. Akustische und emotionale Wellenmonitore. 1A-Hardware. Das meiste ist modifiziert. Nur die Ummantelung ist Serie. Von dir selbst gemoddet? Was denkst du denn? Dieser Mimik-Übersetzer. Ein Fuyuzuki, oder? Dachte, die Matrizen dieser Reihe wären alle für'n Arsch. Warn sie auf. Aber die auszuwechseln ist leicht. Und dieses Modell unterstützt als einziges Zusatz-Scanware. Ja, ja, schon gut. Hab dein BD kompiliert, F. Was meinst du? Zu gebrauchen? Ziemlich ungefiltert. Aber sollte gehen. Wie muss tief rein? Das ist die Hauptsache. Na dann, passen wir ihn auf ihn an. Hab schon mit schlimmerem Scheiß zu tun gehabt. Solltest mal die Jig-Jig-Street-Pornos sehen, die wir manchmal kriegen. Wir lassen wir also rein, damit er sich dort gründlich umsehen kann. Richtig? Na, wie? Wie steht's mit einem ungefilterten Braindance? Schon mal versucht? Was meinst du mit ungefiltert? Wie unterscheidet dieser BD sich von normalen? Hm. Fabrikfertige BDs. Vorausgesetzt, sie sind von guter Qualität, speisen dir Gefühle und Eindrücke, die du in der Realität nicht erleben könntest. Aber sie sind für die breite Masse. Hartcodiert, mit Beschränkungen und leichtem Umgang. Aber ein ungefilterter ist eher eine virtuelle Umgebung. Du bewegst dich frei, siehst mehr Details. Editoren suchen dort nach geileren Emotionen und Impulsen, die sie trimmen und zum Auspolstern nutzen. Gut, setz dich, mach's dir bequem und wir bringen dich zum Laufen. Zuerst muss ich dein Wahrnehmungsprofil erstellen. Was für ein Profil, bitte? Ein Modell deiner emotionalen Reaktionen und Wahrnehmungen. Muss ich anpassen, damit dich der BD nicht überwältigt. Sonst wird dir im besten Fall schlecht, sobald du online bist. Wird es dir vermutlich die Eingeweide auskotzen. Hm. Und im schlimmsten Fall? Brutzeln deine Synapsen ab, wie eine Kakerlake in der Fritteuse. Aber keine Sorge, dazu lassen wir es nicht kommen. Okay, leg los. Aber sag mir, dass es nicht wehtut. Wird's nicht. Diesmal nicht. Okay, sitz still. Zieh mich an. Ich lass die Analyse laufen. Sollte leicht prickeln. Mhm. Okay, jetzt stellen wir die Optik und andere Wahrnehmungssignaturen ein. Guck gerade aus auf diese beiden Schirme, wie bei einer Augenuntersuchung. Muss ich dieses Kalibrierungsgedöns jedes Mal über mich ergehen lassen? Nicht unbedingt. Aber das Warten lohnt sich. Gib mir noch zwei Minuten, dann siehst du, was eine BD-Analyse kann. Noch eine Sekunde, muss die Schmerzrezeptoren blockieren. Okay. Fertig. Ich teste erstmal dein Profil, werfe ein Sample BD ein. Benutze es, um dich mit allem vertraut zu machen. Okay, mal sehen. Wo könnten wir... Kann er nicht meine Aufzeichnung benutzen? Was soll die Zeitverschwendung? Weil's sonst zu gefährlich ist. Dauert nicht lang. Ich hab hier was, das... perfekt sein sollte. Was hast du ausgesucht? Raubüberfall auf einen Laden in Haywood. Echte Amateure. Scheiße, weiß nicht mal, wo ich das herhabe. Aber ist perfekt für uns. Wollen wir? Okay, ich hab das mit den BDs schon ewig nicht mehr gemacht, deswegen... Äh, diesmal spiel ich das Tutorial, denn... Nicht, dass ich sonst gleich festhänge. Los geht's. Ich geb dir erst die zugeschnittene Version, damit du dich orientieren kannst. Dann geht's in den Editier-Modus. Absprung. Drei. Zwei. Eins. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay, jetzt ab mit dir. Alle runter, los runter, auf den Boden. Hübsch den Boden für mich küssen. Geld her, los. Sonst mach ich dich fertig, ich schwör's. Wow, Yardo, ich, ich. Jetzt, ich dir deine scheiß Birne wegpuste. Tief durchatmen. Deine Cortisol- und Adrenalinwerte sind angestiegen, aber die Hormonblocker wurden aktiviert. Du bist gesund und munter. Dieser Schock. Ich spüre ihn immer noch. Hättest mich ruhig vorwarn können, dass Sterben so wehtut. Scheiße. Dieser letzte Augenblick. Augenblick. Glaub mir, echtes Sterben tut noch viel mehr weh. Bin ich mir nicht so sicher. Dir geht's gleich besser. Alles ist bereit. Ich wechsle in den Editiermodus. Unterbreche die Verbindung zu den Gefühlsdaten des BD-Machers. Sieh dich gerne um. Die Szene gehört dir. Volle Kamerakontrolle in Analyse-Modus. Beweg dich, zoome, tu was immer dir einfällt. Stell dir einfach deine eigene kleine Sandbox vor. Okay, Analyse-Modus. Du steuerst das Playback und kannst bei Bedarf pausieren. Ruf die Konsole auf, um die Pause zu beenden. Versuch es. So, ja, das ist jetzt ein Braindance. Das heißt, wir können jetzt diese Szene, die wir gerade gesehen haben, wirklich aus allen möglichen Winkeln erleben und dabei noch richtig mehr Informationen bekommen. Ist so ein bisschen wie bei Detroit Become Human, wenn wir anhand von Indizien Abläufe nachstellen. Das Ganze gab es auch schon bei Neuromancer. Heißt da allerdings SimStim, also S-I-M wie Simulation und Stim für Stimulation, also stimulierte Simulation, SimStim. Ja, und hier heißt es halt Braindance. Total witzig. Einfach nur eine ganz kleine Randnotiz für euch, weil durch Cyberpunk bin ich auch gerade dabei, Neuromancer von William Gibson zu hören. Und Neuromancer ist ja sozusagen die inhaltliche Vorlage zu Cyberpunk. Es ist super interessant, wie viel CD Projekt Red sich hat von Neuromancer inspirieren lassen, was die Geschichte von Cyberpunk 2077 angeht. Plus auch die Welt von Cyberpunk, die ja damals als Pen-and-Paper-Rollenspiel erschienen ist, basiert auch sehr nah an Neuromancer. Ein paar Dinge heißen anders. Zum Beispiel heißen die Edgerunner, heißen in Neuromancer Cowboys und gibt auch noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel das BDs heißen bei Neuromancer SimStim. Ja, einfach nur für euch, falls ihr da überhaupt mal was hören wollt davon. Heiß ich ja nicht. Vielleicht interessiert es euch ja, weil ihr auch sagt, Boah, Cyberpunk, so geil! Ich würde gerne viel mehr aus diesem Genre konsumieren. Und es gibt da wirklich sehr, sehr viel, was man da sich an Filmen, Büchern, Videospielen so reinziehen kann. So, wir analysieren jetzt erst einmal diesen Braindance. Der Plan ist zippel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. So. Wiedergabemodus. Ist klar, ist klar. Genial, oder? Und das ist noch nicht alles. Du kannst auch vor- und zurückspulen, wie du willst. Probier's mal. Spul zurück, ganz bis zum Anfang. Halt, halt, halt. Super, sehr gut. Jetzt spul mal vor. Der Plan ist zippel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, aus die Kohle, verschwindest und wir verkaufen. Okay, du kannst die Aufnahme auch zurücksetzen. So springst du zum Anfang. Versuch's mal. Okay, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Dafür bist du überhaupt hier. Im Analyse-Modus kannst du die vom Aufnehmenden gesehene Umgebung genauer betrachten und sogar scannen. Achte auf die Pistole, die dieser Schwachmat am Anfang von seinem Kumpel bekommen hat. Scannen sie. So, wie mach ich das jetzt nochmal mit dem Analysieren? Analyse-Modus-Sorg für Action. Wir gehen uns wieder an. Genau hier. Ah, da. So, genau. Wir haben die visuelle Ebene, die Thermal-Ebene und die Sound-Ebene. Genau. Auf der Aufnahmeleiste zeigen fette Abschnitte einen Hinweis an, den du scannen hast. Aha. Der Hinweis wird in diesem Abschnitt hervorgehoben, solange der Editor auf die richtige Ebene eingestellt ist. Hinweise können überlappen. Die Stelle, an der sie sich auf der Leiste überlappen, ist besonders hell. Hinweise verschwinden von der Leiste, nachdem du sie gescannt hast. Jetzt habe ich da einen Hinweis. Den muss ich jetzt scannen, das ist der Hinweis. So, wird gescannt. Sehr gut ausgezeichnet. Machen wir weiter. Jetzt aufgepasst. Im Analyse-Modus kannst du Geräusche und Gespräche hören, wenn der Aufnehmende nah genug dran war. Die Technologie zeichnet absolut alles auf. Auch Dinge, die der Aufnehmende gar nicht wahrgenommen hat. Um die Quellen der Wahrnehmungssignale zu sehen, wechsle zur Sound-Ebene im Editor. Na los, versuch's mal. Okay, gut. Jetzt solltest du mehrere Sound-Signaturen sehen. Such dir eine aus und stell sie scharf. Okay, fahr! Jetzt ab! Ach, kleine Zeisse! Die Ware sortieren, ich übernehme die Kast. Lutz mir doch den Zwangs, Alter! Und? Was sagst du? Unglaublich. Ernsthaft. Als wäre ich mitten im Geschehen. So funktionieren wie die Aufnahmeimplantate. Sie registrieren alles, alle Elemente im Hintergrund. Dann passt der Editor sie an und hebt sie hervor. Spiel ruhig weiter mit dem Sound rum. Wenn dir langweilig wird, können wir weitermachen. Eine Schaftige Kappen, ich übernehme die Kast. Und zwei Zerber. Lutz mir doch den Zwerbzell. Hat zwei Geschmacksrichtungen im Angebot heute. Curry und Zwerber. Ja, also die ganze BD-Analyse ist ein bisschen gefrickelt. Aber ich finde es von der Idee her ziemlich klasse. Auch wenn wir da, ich habe es ja schon ein bisschen weitergezockt, später ein paar Dinge machen, bei denen ich sage, okay, das ist vielleicht ein bisschen unrealistisch. Aber okay, es ist ja auch am Ende ein Videospiel. Also es hat keinen Anspruch daran, irgendwie realistisch zu sein, außer das Spiel sagt, hey, ich will ein richtig realistisches Spiel sein. So, jetzt können wir als nächstes Wechsel zur visuellen Ebene. Genau, machen wir damit. Manchmal kannst du Extra-Ebenen im Rohmaterial analysieren. Aus der Cyberware des Aufnehmenden. Und wie? Eve's Cyberware hat zum Beispiel Kiroshi-Optik mit Infrarotsensoren. Dadurch enthalten ihre Aufnahmen Wärmesignaturen. Ha, nicht schlecht. Warten wir, bis der Typ den Schwachkopf am Tresen umpustet. Den Boden! Hübsch den Boden für mich küssen! Du kannst auch Menschen scannen. Geh mal näher an die verletzte Tussi ran. Versuch sie zu scannen. Also gut, weiter. Scroll zu dem Teil, wo unser Künstler durchsiebt wird. Los! Sonst mache ich dich fertig! Ich bin's vor! 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 Siehst du? Er hat nichts geahnt, als er abgeknallt wurde. Aber du wirst es! Los geht's! Jetzt kommt das Beste! Siehst du das Flimmerding über dem Eingang? Überwachungskamera. Hat bestimmt den Schuss aufgezeichnet. Siehst du gleich. Im Schwarzmarkt hat er sicher einen Haufen Kohle für so einen BD bekommen. Hardcore BD-Freaks zahlen Unsummen für echte Nulllinien. Okay, wenn du genug gesehen hast, kannst du jederzeit raus. Beeindruckend, oder? Ein Jammer, dass die meisten BDs, die wir hier bearbeiten, nur zum Palmewedeln was taugen. Okay, bist du soweit? Für die Aufnahme? Weiß nicht. Machen wir Pause. Ich fühle mich immer noch wie der Typ, als... Nee. Das war's für mich. Weh. Dafür haben wir keine Zeit. Reiß dich zusammen. Okay, okay. Dann mach mal. Muss nur T-Bug dazu schalten. Halt, halt, halt. Wen? Ein Runner aus meiner Crew. Spezialistin für Sicherheitssysteme. Wird mir sagen, worauf ich achten muss. Ist das ein Problem? Damit hab ich sehr wohl ein Problem. Das war so nicht abgesprochen, Evelyn. Judy, T-Bug ist ein Profi. Verschwiegen wie ein Grab. Du kannst dir vertrauen. Warum? Weil du's sagst? Judy, bitte. Ich würde dich nie in Gefahr bringen. Das weißt du. Okay, V. Ruf T-Bug an und wir springen rein. Hey, V. Was geht's? Buck, hör zu. Ich hab was Nützliches aus dem Konpeki Plaza. Einen Braindance. Konpeki? Hätte ich mir ja denken können. Ist da jemand bei dir? Judy und Evelyn. Die sind in Ordnung. Sie helfen mir mit diesem BD. Aha. Okay. Und sagst du mir, worum es geht? Hör zu. Ich brauch dich. Hab keinen Schimmer, worauf ich drin achten muss. Ich seh mal, ob ich dich führen kann. Verbinde mich mit deiner Tag. Jetzt gib mir Zugriff. Öffne Port 1779. Ist sicher. Gut, ich geh rein. Meine Anfrage sollte bei dir sein, genau jetzt. Hab sie. Bist du soweit? Sekunde. Okay, Verbindung bestätigt. Jetzt nur noch ein temporäres Eis und das war's. Bereit für den Ball? Gib Saft, Judy. Ich sehe weiß. Okay. Ich höre was. Es geht weiter. Ah, sehr gut. Okay, Fee. Augen auf. Wir müssen rausfinden, wo Yurinobu den Relic versteckt. Adams. Ich kann man bestimmt gut ficken, oder? Evelyn. Ich. Hab ihre Angst gespürt. Sie hat sich aber schnell zusammengerissen. Ich sagte, nein. Dafür wird mein Kopf rollen. Dann stülpst du für einen guten Zweck. Aber ich. Mach es sehr bequem. Ich brauche nur noch einen. Hör bei dem Gespräch zu, Vee. Das könnte wichtig sein. Okay, mach ich. Ja, das war gerade Adam Smasher. Eine absolute Legende in Night City. Ein Söldner, der fast zu 95% aus Tag besteht. Und eigentlich dadurch schon längst ein Cyber-Psycho sein sollte. Ist er aber nicht. Und er latscht hier einfach so rum. Was will er bei Arasaka? Ähm. So. Ich muss jetzt gerne Yurinobu's Telefon. Das heißt, ich muss auf eine Ebene wechseln. Ich muss erstmal in den Editier-Modus. Genau. Dann. Äh. Visuelle Ebene bin ich. scanne Yurinobu's Telefon. Wo ist denn das? So. Das ist Evelyn. Äh. Wir wechseln mal die Ebene. Da ist das Telefon. Nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte. Reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern, die mit... Mein Vater ist ein müder, alter Kreis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert. Und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du wirst mir zuhören. Sabonow ist ein verwirrter Despot, der jährlich viel Realität wie erloh hat. Und gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt. Die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalter werden. Hast du das gehört? Die Relic-Docs müssen hier irgendwo sein. Sieh dich um. Okay. Scanne das Sicherheitssystem. Okay. Scanne, scanne, scanne das Sicherheitssystem. Okay, es gibt nur die Audio-Ebene und die visuelle Ebene. Und wir können am Anfang, glaube ich, dann nochmal zu Adam Smasher zurückspringen. Ah, guck mal da vorne. Da ist was. Okay, Signalreichweite. Ähm, ja, Sicherheit muss ich irgendwas scannen. Aber was ist hier die Sicherheit? Achso, das ist optional. Achso, seine PDA scannt. Okay, also das ist optionale Sicherheitssysteme scannt. So weit sind wir, glaube ich, da noch gar nicht. Dann sein PDA. Ähm, wo hat er sein PDA hingelegt? Es tut mir leid, dass du warten musstest. Geschäftliches kann sehr lustig sein. Es war ja nicht lang. Hatte nicht mal Zeit, mich zu langweilen. Ist alles in Ordnung? Du wirkst angespannt, nervös. Keine Sorge, das wird sich gleich legen. Dafür bin ich ja hier. Unter einer Bedingung. Du willst mir Bedingungen stellen? Nur eine. Sieh mich an. Hast du was zum Naschen für mich? Das Zeug vom letzten Mal war ziemlich gut. Schlaft sie meinen Nachttisch. Ich hab eine Idee. Bin gleich wieder da. Sehr schön. Aber jetzt komm endlich her. Eine Sekunde. Oder ich suche nach dem perfekten Ambiente. Oh, das wird dir gefallen. Scheiße. Das fühlt sich an, als würde ich echt... Weh. Lass dich nicht ablenken. Warte, Kome. Das habe ich vermisst. Dich. Ich weiß. Okay. Ja, ich dachte, wir gucken uns erstmal die Aufnahme fertig an. Äh, wir springen mal zum Anfang. So, wir können hier schon irgendwas scannen. Das ist Adam Smasher, Leute. Das ist Adam Smasher, Leute. Vielleicht war das jetzt sogar ein Spoiler, aber das ist Adam Smasher. Äh, genau. Ich kann man bestimmt gut ficken. Ah ja, da. Ich kann mal nämlich die Alarmanlage scannen. Die Sicherheitsfirmware ist gut, aber ein paar aufgeregte Vögelchen haben in dem Forum gezwitschert, dass durch dieses Sieb eine Menge Körner rieseln würden. Ich generiere ein paar Schlüssel und fälsche die Signaturen. Ja, wie gesagt, ne? Dich kann man bestimmt gut ficken, ne? Du wahrscheinlich nicht mehr, du Eiberklops hier. Ich will mir mal ganz anschauen. Ja, was für ein Bonneproppen, ne? Adam Smasher. Ja, steht doch da. Smasher, okay. Dann wissen wir, dass es Adam Smasher ist. Dann ist es kein Spoiler. Das war mir wichtig. So, da oben können wir auch noch was scannen. Scheiße, die Kameras sind neuste Tech. Bewegungs- und Wärmesensoren, FFE. Aber für dich kein Problem, oder? Natürlich nicht. Ich brauche nur Zugang zu ihrem Subnet. Okay, da sind wir auch dran. Ja, wie gesagt, was macht Adam Smasher hier? Ist ja... Hier für die Sicherheit zu... Ah ja, okay, wir haben in der... Wir haben jetzt hier alles gescannt. Genau. So, das haben wir jetzt schon mal. Ach ja. So, jetzt müssen... Also irgendwo haben wir hier noch ein Sicherheitsding, was wir scannen können. Ja, wahrscheinlich dann im Schlafzimmer oder so. Aber jetzt können wir nämlich erstmal gleich seinen PDA-Scan. Den brauchen wir nämlich... Den brauchen wir nämlich. Okay, in der Szene ist irgendwo was. Ah, da oben. Sicherheitssystem. Hier zwei... Zwei Sachen. Okay. Ich muss erst reinkommen und die Links zum System überprüfen. Mhm. Sieht aus, als wären alle Sicherheitssysteme mit dem Hotel-Subnet verbunden. Wir brauchen den Flathead, um diese Systeme auszuschalten. Okay, aber immerhin haben wir jetzt diese Info. Können Sie nicht ohne ihn umgehen? Nein. Jedenfalls wüsste ich nicht wie. Du schaffst sie, mein Nachsch. Ich habe nicht gesehen. Ich bin an dir da. Genau, jetzt können wir nämlich hier gleich diese E-Mail lesen, die sie da... Eine Sekunde. Ich suche nach dem perfekten Amier. Das soll dir fallen. Ja. So, was war das da gerade für eine E-Mail, die sie aufgerufen hatte? Wir sind ja... Sehr geehrter Mr. Arasaka, wie immer möchten wir Ihnen dafür danken, dass Sie unsere Dienste in Anspruch genommen haben. Wir hoffen, dass es Clouds gelungen ist, Ihren Aufenthalt in Night City angenehmer zu gestalten. Sogar unvergesslich. Wir würden uns geehrt werden, wenn wir Ihnen bald wieder zu Diensten... Okay, kann ich das irgendwie scannen? Ist das so... Ist das eine... Nee. Ist keine relevante Info. Okay. Ich muss hier gleich noch sein PDA-Scan. So, den kriege ich wahrscheinlich jetzt nämlich hier. Er wird ihn nämlich gleich da reinlegen. So, da haben wir ihn nämlich schon. Er ist in einem speziellen Container mit Temperaturregelung. Der Relic muss gekühlt werden. Also muss der Chip im Froster bleiben. Ja, sonst könnte er beschädigt werden. Okay, aktiviere die Thermalerkennung im Editor. So finden wir eher heraus, wo Yorinobu den Chip aufbaut hat. Ich glaube, ich weiß, wo es war. Ja, ich muss noch mit dem Signal... Ich muss mit dem Signal dafür ein bisschen zurückspringen. Ich glaube, ich weiß noch, wo es war. Ah, nee, warte mal. Jetzt ist es hier. Ah, das war doch hier irgendwo... Das war doch hier irgendwo im Boden, war das doch. Also, wie gesagt, ich habe diese Szene damals schon mal gespielt. Also, hier gibt es irgendwo... Ich bin auf der Thermalebene, ne? Es muss halt ganz kalt sein. Das hat sie ja schon gesagt. Genau. Ich war der Meinung, dass es nämlich hier war. Ah, da bin ich aus dem Signal raus. Wie gesagt, diese Braindance-Geschichten sind ganz schöne Frickelei. Ja, das Spiel sagt... Ich bin halt der Meinung, dass es am Tisch ist, ne? Aber da sagt das Spiel, kann nicht sein. Ihr, genau, doch. Warte mal, hier. Scheint, als hätte Mr. Arasaka einen Anlass zum Feiern gehabt. Du meinst doch nicht echt, der ist da, oder? Die Temperatur ist zu niedrig und könnte schwanken. Letter Versuch. Ich bin ja. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ich muss den ganzen BD nochmal scannen. Um die Signatur zu finden. Ah, wartet mal. Und da muss ich ganz zum Ende spulen. Und der... Äh, üb... Ne, hier hinten, genau. Hier war er drin. Okay, habt ihr Wärmesignatur. Stimmt mit den Daten in den Unterlagen überein. Yorinobu hat den Koffer hier. Garantiert. Mhm, wir haben ihn. Gute Arbeit. Wir haben alles, was wir brauchen. Belast den Editor. Hast du alles? Hab genug, ja. Danke, Judy. Wir haben alles. Bis dann, T-Bug. Gute Arbeit heute. Wir hören uns bald. Ich werde den Cache und deine Daten löschen. Als wärst du nie hier gewesen. Behalt ihn. Ich schreib ihn bei F an. Ein tragbares Gerät, um BDs zu bearbeiten. Deine Kalibrierungseinstellungen sind hochgeladen. Nicht so ausgereift wie das, was wir hier haben, aber es sollte reichen. Und du setzt dich keinem Risiko mehr aus. Gut nachgedacht. Apropos Risiko. Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich euch angucke? Redende, wandelnde Leichen. Die Aufnahme war wichtig, Judy. Der BD erledigt praktisch den Job für uns. Der BD wird unser Tod sein. Verlass dich drauf. Wenn Arasaka rausfindet, dass ihr ihn habt, seid ihr tot. Und ich auch. Judy, beruhige dich. Das wird niemand erfahren. Evelyn, bitte. Keine Abkürzungen. Bei diesem Spiel gewinnt Night City immer. Sei vorsichtig. Sicher doch. Denk dran. Wir sprechen uns bald. Wir müssen los. Danke, Judy. Ehrlich. Und keine Sorge. Ich weiß, was ich tue. Okay, Judy ist nicht überzeugt. Bist du dir sicher, dass Yorinobu so einen Zug von dir nicht erwartet? Der ahnt nichts, glaub mir. Ist zu beschäftigt mit Netwatch, als dass er mir so viel Beachtung schenken könnte. Außerdem, selbst wenn er etwas ahnt, spielt das keine Rolle. Er wird nicht rechtzeitig reagieren können. Dafür sorgst du doch. Oder? Bedeutet das, dass ich ihn umbringen soll? Du machst dir keine Sorgen. Arasaka wird jeden überwachen, der Geschäfte mit Yorinobu gemacht hat. Das wird eine ziemlich lange Liste. Voll mit großen Namen. Viel wichtiger, als ich es bin. Wen werden die wohl zuerst abhaken? Konzernköpfe und Gangster? Oder ein kleines Betthäschen wie mich? Infos über Yorinobu, der Chip, der B.D. aus dem Konpecki. Der Wind steht günstig, der Plan ist wasserdicht. So ein Job ist eine einmalige Gelegenheit. Hm, danke. Und jetzt die Pointe, bitte. Es klingt einfach zu gut, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Halte Füße. Willst du jetzt etwa aussteigen? Ich will wissen, ob du echt alles unter Kontrolle hast. Und du mich nicht in eine Güllegrube schickst, aus der ich nicht mehr rauskomme. Weh. Ich hab keinen Grund, dich reinzulegen. Wir stecken da beide drin. Ehrlich. Ich hab das im Griff. Vertrau mir. Und? Was jetzt? Weh. Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex. Wow, 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 wow. Okay, ich soll Dexter D'Shawn, die Fixer-Legende aus Night City, für dich übers Ohr hauen? Ich kenn dich gar nicht. Du willst unseren Fixer bescheißen. Ich wusste, da stimmt was nicht. Dex ist nur ein Vermittler. Und zu diesem Zeitpunkt auch völlig nutzlos. Evelyn, Fixer hält man bei Laune. Diese Regel kennt jeder Söldner dieser Stadt. Und jeder hält sich dran. Wenn wir es richtig anstellen. Vergiss es. So ein Fehler kostet mich den Ruf. Und ohne guten Ruf bist du ein Niemand. Willst du das wirklich riskieren? Die Frage solltest du dir stellen. Willst du den Rest deines Lebens Gafs frittieren? Oder über Nacht zur Legende werden? Du hast die Wahl. Legende werden ist eine gute Sache. Ich denk mal drüber nach. Wenn ich einwillige, wird das ein Höllenritt. Ganz sicher. Ich weiß. Aber egal, wie du dich entscheidest. Das bleibt zwischen uns. Ich kann dir 50% anbieten. Genug Eddies, um alles zu machen, was du willst. Das wär's für mich. Dex wird mir so ein Ding niemals verzeihen. Es gibt noch andere Fixer außer Dex in der Stadt. Ein Angebot wie meins bekommst du nur einmal. Ich denk drüber nach. Mhm. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit Judy reden. Oh, Level Up. Sehr geil. Ja, Leute. Das ist jetzt keine leichte Entscheidung. Bescheißen wir Dex? Oder gehen wir mit Dex? Und ja, wie machen wir dann diesen Job? Gehe ich jetzt einfach ins Hotel rein und baller mich da durch? Das ist wahrscheinlich keine so gute Idee. Also ja, da werde ich erstmal in ein paar Nebenaufgaben drüber nachdenken müssen. Und so geht's auch weiter. Hier bei Cyberpunk 2077. Ich bin schon sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wie immer freue ich mich auf eure Kommentare und euer Feedback. Bis dahin. Haut rein, Baby. Bis zum nächsten Mal. Euer HiYuga. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.